Hello, hello, hello! Es freut mich sehr, euch mein neues Format auf YouTube zu präsentieren. Und zwar OT or Shape. Hosted by me, Odette Helloraddy. Und zwar reden wir uns in diesem ganzen Format über dynastische Sachen auf, im und rund um den Job Basel. Es würde mich freuen, wenn du abonnieren, liken und kommentieren und in den Kommentaren wirst du erwähnen, was dich denn überhaupt interessiert. Immer einmal im Monat, ins ersten Video, kontinuieren wir uns am 1. März 2.4.18. Bis dann!